Jesus von Nazareth Jesus von Nazareth Pilatus sprach aber zum dritten Male zu ihnen Was hat denn dieser Böses getan? Ich habe nichts an ihm gefunden, was den Tod verdient Darum will ich ihn schlagen lassen und losgehen Aber sie setzten Pilatus zu mit großem Geschrei Und forderten, dass er gekreuzigt würde Und ihr Geschrei nahm überhand Und Pilatus urteilte, dass ihre Bitte erfüllt werde Und sie schlugen ihn ans Kreuz Vater, ergieb ihn Denn sie wissen nicht, was sie tun Philomine 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 Ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein Vater, ich befehle meinen Geist in deinen Händen Philomine Vater, ergieb ihnen Philomine Philomine Prozent Philomine Willowenet, Willowenet. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.